Musik Hallöchen liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Hexet mit dem Schaffel Hallo Und die Zander, das bin ich Hallo Okay, ja und in der letzten Folge haben wir irgendwas gemacht, ich weiß gar nicht mehr was wir gemacht haben, was haben wir nochmal gemacht? Äh, na wir haben doch hier diesen Wow Alter, was war das denn? Da musst du mich mit deinem dicken Horn erschlecken Ey, halt mal rechtsklick Halt das Lol Hab ich jetzt gemacht Du hast geblockt Au Nein, du hast doch nicht Du Eimer, Alter Hauptsache der fegt mich ja erstmal runter Ich hab keine Ahnung, du hast die Jumpboots an Welche Jumpboots? Ich hab doch hier keine Jumpboots Aber du hast doch so komische Schuhe an Ja, aber damit renne ich doch bloß schneller Das hat man doch das letzte Mal festgestellt Ja, okay Wir sind keine Cloudboots Aber schrei mich nicht bitte wieder so an Ey! Hauptsache da kommt so ne... mach mal, halt mal rechtsklick und dann lass mal los Warum kriegst du denn schon wieder Schaden? Na, weiß ich nicht Das musst du Okay So Was ist das hier? Was mach ich jetzt? Ähm, sollen wir nicht einfach noch so ne Burg ragen? Und jetzt? Hier, ich nehm mir eine Was mach ich gerade? Das sieht lustig aus Ja, und jetzt lass... Ja, das mach ich Ja Pass auf, schlag mich mal Schlag mich mal Schlag mich Schlag mich Okay Gut, gut, gut Nein, hör auf, hör auf, hör auf Stop, 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 stop Alles gut, alles gut Frieden Oh, lol Ich hab grad ein... ey, ich hab ein Chocobo Ich hab ein Chocobo-Leg Guck mal Alter Ich hab den Regen ausgemacht Und du hast ihn wieder angemacht Was? Ja, ich hab Toggle-Downfall gemacht Und dann hast du auch Toggle-Downfall gemacht Ach so, das hab ich gar nicht mitbekommen Oh, Mann Okay, gut Okay, soll ich nochmal Toggle-Downfall? Nein, ne, gut Okay Sollen wir einfach in eine Burg gehen? Oder so? Können wir einfach machen, ja Ja, komm So, und ich hoffe, man hört mich jetzt ein bisschen besser Oh, leck, leck, leck Man hört sich so richtig geil, ohne Scheiß Das ist so richtig... Warte, 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 warte Bevor wir jetzt... Wir müssen erstmal ausräumen Wollte ich grad sagen Viel zu schnell hier raus, ey Ja, ich will Burgenragen Burgenragen Mann Ausrassen So, warte mal Äh, was hab ich jetzt hier eigentlich? Futter Erstmal Futter in die Truhe Futter So, ey, uh, ich hab doch meinen Rucksack Ey, genau Ich muss eigentlich gar nicht so viel ausräumen Ich räume einfach alles irgendwo rein Wir brauchen, wie in den Livestreams immer Brauchen wir einen, der hier die Truhen anräumt Echt mal Ein Truhensklave Ein Truhensklave, genau Oh, wär das schön Guck mal, jetzt haben wir schon zwei von diesen Al-Kah-Hest Müssen wir mal gucken, was das denn kann Ey, ohne Scheiß Können wir uns darauf einigen, dass wir... Nichts mehr an Stein- und Eisenrüstung mitnehmen Ja, klar Wieso? Machen wir doch nicht, oder? Ja, doch Ich hab Stein- und Eisen mitgenommen Das ist doch das Wichtigste in Hexet Stein und Eisen Auf jeden Fall Richtig geil Oh, ich weiß noch Da hatte ich gestern im Stream Hatte ich so ein, äh, Diamond Street Achso, wir reden hier die ganze Zeit über den Stream Also, äh, wenn ihr mal mehr über das Thema wissen wollt Dann schaut einfach mal bei Zander auf dem Kanal Welche, die jetzt bei mir gucken oder so Äh, da Kündigt ihr auch immer mal an Wenn wir mal Hexet streamen Manchmal bin ich dann auch dabei Und versau alles Richtig, ach Quatsch Ohne Scheiß Gestern hast du hier uns einige Mal den Arsch gerettet Also, genau Wenn ich mal darf Ohne jetzt, äh, zu übertreiben Mit der Werbung Ich möchte auch gar nicht zu viel Werbung machen Aber es ist trotzdem immer cool Weil ich mach halt, äh, Hexet, äh, Streams Werbung Twitch.tv Alle liken, follow und so Werbung Nein, also Abonnieren, kaufen und Richtig, genau Richtig, genau Richtig, genau Ne, also da mach ich halt Livestreams Und da ist ja Tom, wie gesagt, auch schon öfter mal dabei Sollen wir uns noch ein paar Taschen machen? Ich hab noch, ich hab zwei Rucksäcke Ich hab einen pinken Rucksack Like gebors, Alter Und ich hab noch einen blauen Ohne Scheiß, guck dir mal bitte das Ding an Und sag mir, was das ist Erzähl mir, was das ist Ich weiß nicht, was das ist Da steht, das soll irgendwie eine Granate darstellen Oder so, aber ich Check das nicht Ich check das nicht Okay, was machen wir da? Ich würde das, ich würde das brauchen wir irgendwo zum Bauen Zum, naja, mal gucken Mach mal später Warte mal, nimmst du das, das Big Squad Das ist scheiße, das lass ich hier Ähm, aber Haben wir einen Enchanting Table? Haben wir einen Enchanting Table schon? Äh, ne, immer noch nicht Ne, ne Müssten wir uns echt mal machen, ne? Ja, weil Haben wir, aber haben doch Opsi Haben wir, hab ich nicht Opsi gesammelt das letzte Mal? Wir haben noch vier Opsi, das reicht doch Ja, ohne Scheiß, dann lass mal eben stellen Let's do the shit, man Haben wir denn auch einen Diamant? Achso, äh, wir müssen auch mal dazu sagen Äh, wir wollten ja dann hier so eine, äh, Timelapse-Folge machen Wo wir so die ganzen kleinen Scheiß machen Wie Lager, äh, aufräumen und umräumen und einräumen Äh, und ich würde sagen Das machen wir irgendwann mal In, 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 in naher Zukunft Nur so, jetzt nicht, dass ihr denkt Irgendwie, wir haben es gestern gesagt Und heute machen wir es schon Ähm Es kommt dann irgendwann mal die, äh, die Tage oder Wochen Wo wir dann hier mal so Grundsanierung machen Und, äh, und, äh, ja Nicht, dass er jetzt irgendwie euch fragt Ey, wir haben das letzte Mal gesagt Ey, ihr habt doch nichts gemacht, ihr Huren Ja, richtig Ihr Huren, ey Du hast, du hast es momentan irgendwie mit deinen Huren, ne? Huren, ja Ich bin, ich bin ungezogen Hier bin ich immer nur von Huren umgeben Sehr geil Tom wohnt jetzt in einem Bodden Ich wohne in einem Haus voller Huren In einem Freudenhaus Ja Ey, haben wir ein unbeschriebenes Buch? Das wär's doch, oder? Das wär echt mega geil, Tom Da kannst du halt nicht schlafen, ey Da, da, da rammelt es ja an diesem Tag, ey Da rammelt es ja Ey, haben wir drei Papier, haben wir drei Stücke Papier? Oh, da fragst du aber was, ey Jetzt sag nicht, es scheitert an dem Papier Ich, ich, da, ein Papier hab ich Aber wir haben, wir können doch bestimmt irgendwo Ein Papier, Wahnsinn Da such mal noch, soll ich? Ich such mal so lange irgendwie Hier, wie heißt das? Filz, nee Nein Filz, Zuckerrohr, Alter Filz Wie kommst du da auf so eine Scheiße? Keine Ahnung Filz, lass mal Filz suchen Ja, genau Das gibt's doch bestimmt auch in Hexe, oder? Wir haben's bloß noch nicht entdeckt Richtig Warte mal, ich guck mal kurz in unsere Gartentruhe Da ist auch nichts drin Wir haben nur Beanstalk Geil Beanstalk? Ich weiß nicht, was es ist I don't know Ich hab schon Papier, glaub ich Ja, wir brauchen noch zwei Papier Und Leder Zwei Papier Ja, Leder haben wir Zwei Papier Schaff ich Schaff ich Und dann haben wir alles Oder schaff ich das? Ja, ich glaub schon Hast du alles? Ich komme zurück Und dann gehen wir nachher nochmal in irgendeine Stimmt, wir wollten ja hier diese Riesenturm Wo wir irgendwann mal dran gescheitert sind Da wollten wir nochmal rein Übrigens hab ich da einen Tipp von einem Zuschauer bekommen Hahaha Weißt du wie das nämlich ist? Wenn du nämlich nicht die ganz oberste Truhe Sondern die zweithöchste Truhe öffnest Dann kommt dieser Iron Golem Ach so Ja, und wenn wir die nämlich nicht öffnen Dann können wir ganz in Ruhe oben die Truhe ausräumen Und können dann die letzte Truhe leer machen Und dann ganz schnell den Turm verlassen Ist ja interessant Aber ich hab ja eigentlich von dem geredet Wo wir da mal draufgegangen sind Und alle coolen Sachen verloren haben Ach so Ja, in die Burg In die Burg Wenn wir nicht da heute mal hingehen Dann machen wir da die Gegend um sich Ja so Guck mal machen Hammermäßig Bücher? So Ja, wir haben ein Buch Also ich mach mal zweites Nein, wir brauchen doch Blääd Ja, aber die Bücher auch so Ich hab doch für Bücherregale Die hättest du auch einfach zerlegen können Du Sackratte, ey Das kann nicht wahr sein, ey Ja, weil du hättest sagen müssen Du brauchst Bücher Dann wär ich wahrscheinlich etwas schneller drauf gekommen So Ich hab jetzt gar nicht nachgedacht Ja, hau hin Hau hier hinter Hau hier in diesen Raum In diesen Raum Das ist der beste Raum hier, oder? Ja, irgendwie schon Noch ein bisschen leer, aber Wenn wir eigentlich jetzt genügend Obsidian hätten Dann hätten wir schon eine volle Rüstung davon, ne? Von dieser Scaleboots-Geschichte hier Ja, können wir doch noch machen Ja, können wir machen So Also das ist jetzt ein Enchanted-Termal Und das Geile an dem ist Ihr seht das jetzt hier Für die Leute, die es nicht wissen Hier werden die gerade die XP-Level angezeigt Die ich habe Also 32 Enchanting-Kost Das bedeutet halt, wie viel eine Verzauberung kostet Und maximale Enchanted-Level Ist halt das, was man maximal machen kann Und hier seht ihr Also das ist halt diese Better-Enchanting-Mod Die halt hier drin ist Und die nutzen wir natürlich auch, ne? Das ist nicht so ein Gewisch wie In dem normalen Obwohl da gibt es irgendwie auch so ein Tool Also da muss man glaube ich auch bloß kurz was ändern Und dann kann man das auch lesen, was da Was man da macht Alter, ich kann das nicht ändern Wieso nicht? Hier ist irgendwie rot Ja, bei mir wird das auch immer rot Irgendwie wird es, irgendwie wird es hier kaputt Warte mal Ist das, ist das was, was ich, was ich nicht machen kann? Ne, das geht immer so Nein, das kann nicht sein Bei mir ist es Hä? Ey, was soll das? Wollen wir Bücher? Ach, wir Trottel Was lassen so? Junge, wir müssen da Bücherregale hier drum aufstellen Ja, aber geht das nicht auch so? Nein Du kannst nur auf Level Ja, du kannst nur auf Level 1 dann verzaubern Achso Boah, wir sind die größten Vollidioten Wir spielen schon ewig Minecraft Und kriegen es nicht auf die Kette Ja, nee, aber ich Ja, ich dachte, da müsste ja wenigstens irgendwas passieren Ich meine, klar, du kriegst ja nicht das Beste Aber irgendwas Hier ist ja alles auf Null Ja, da musst du hier Da kannst du es ja auch umstellen Hauptsache, ich halte hier voll den Vortrag Und tue so, als würde ich hier Übertrieben die Ahnung davon haben Ey Ja, guck mal, hallo, hallo Dann machen wir das so Wir gehen jetzt in die Burg Da, wo ich jetzt auch schon zehnmal gesagt habe Wo wir nochmal hingehen wollten Weil da war doch auch War doch eine Bibliothek Dann machen wir uns nicht, sondern ich selber Dankeschön Richtig Das tun wir jetzt So Lass uns zur Burg Aber lass uns mal eben schlafen gehen Okay Hast du genug Essen? Äh, zehn Brote Okay Nicht wirklich viel Bisschen du Hauptsache Ich habe ihn ins Bett Und du hast Hast du nicht letzte Folge gesagt Dass dieser Meteor-Riten-Gedöns-Schutz da überhaupt gar nicht schützt Nö, also ich habe es zumindest von so einem Zuschauer Von so einer Kreatur Ne Ich habe das erfahren, dass der irgendwie bloß anzeigt Wenn irgendeiner kommt Also ist es nicht wirklich so ein Schützer Ach, keine Ahnung Auf jeden Fall haben wir immer noch ein Problem Wenn so ein Ding kommt Wo bist du? Ähm, ich bin im Lager Ich hole jetzt noch ein bisschen was zu essen Weil du gesagt hast, hast du noch was zu essen Und du hast nichts Ja, ich habe nur ein bisschen was Ich habe auch genug Aber wir finden in den Burgen In den Burgen finden wir doch immer genug Alter, ich habe fünf Bücherregale im Inventar Nein, dann los Komm, wir gehen los Warum habe ich fünf Bücherregale im Inventar? Ja, weiß ich nicht Keine Ahnung Du hast mir die zugeworfen Ja, ich habe dir die zugeworfen, du Sack Dann weißt du doch, warum ich sie im Inventar habe Ja, los Ja, dann weiß ich dann nicht Ich dachte, du hast sie benutzt, du Sack Ich benutze Bücher Du hast du Sack, komm, wir gehen so, Sack Warte Hier bauen wir den Enchanting-Raum Ich will klappen Hier bauen wir den Enchanting-Raum Oh, jetzt scher dich runter hier Warte doch Chill doch mal Mein Gott, chill Ich chill nicht, Alter Chill mal deine Basis Ja, ich weiß, ich habe Holz vergessen Aber ist egal Los, du Eimer Ab geht's Ja, ich komme doch jetzt Wow Geronimo So, schneller, schneller Ich bin der Heiler Wir haben bloß noch vier Minuten Deswegen mache ich hier Druck, weißt du Welche vier Minuten? Vier Minuten von der Folge Ach so Theoretisch Aber wir machen das mal so Wir basteln uns jetzt mindestens in die Bibliothek Scheißegal, wie lange wir brauchen Und wenn wir sterben, dann Wir rushen da einfach einfach so So, wir sterben jetzt so nach zwei Stunden Jetzt kommt ein Reborn, wir gehen drauf Nur kurz davor Das wäre so peinlich Aber das Geile ist ja wirklich Hast du dein Schwert mit? Ja, habe ich Aber das Geile ist ja wirklich Ich weiß gar nicht, ob ich hier im Stream Oder ob wir es hier schon erwähnt haben Es sind ja immer so Spawner Also wenn wir mal im Creative-Modus Immer mal so ein bisschen schon was angucken Und halt auch so gucken Ja, also hier nicht die Welt, sondern eine andere Welt Dann ist es ja wirklich so, dass da immer Spawner sind Und die Spawner spawnen immer nur einen Kollegen Und keine weiteren Einen Kollegen Also wenn die down sind, dann gibt es auch keinen Nachschub Das ist eigentlich ziemlich geil Richtig, richtig Der Nachschub ist dann unterbrochen Oh, der macht hier ein Pickling Da sind schon wieder die Mongolen hier Und das Geile ist, wir trauen uns jetzt wesentlich mehr Alter, guck mal, wie viele da sind Ja Die haben alle diese Dinger Oh, ich habe schon mal da mehr Mach erst den Heilerblatt, erst den Heiler Oh, ich muss mal was essen, ey Die Bogenschützen sind übrigens die heftigsten, ne, von allen Und da Esch mich schrutzvoll Schade, dass ich jetzt nicht wieder die Jumping-Boots hätte Die haben uns letztes Mal sehr gut geholfen Ja, die sind echt mega geil Die machen wir uns doch auf jeden Fall wieder So, warte, willst du nicht hier unten? Guck mal, die sind doch sowieso dann down Ich würde alle kaputt machen erst mal Ah, warte mal, ich komme hier Ey, warum heilt die denn alle? Boah, ich kriege ihn Oh, hör auf zu heilen, ja, du Arsch Oh, Entschuldigung Nicht so schlimm, wir müssen den Heilerblatt machen Achso, hinter dir, hinter dir Wo ist der Heiler? Ach, der ist da unten Ja, ja, toll Oh, Entschuldigung Oh, wie die hochgeschossen kommt, ey Wie ein Flummi So, der ist tot, der Heiler Sauber Habt ihr den Halschabt getroppt? Ich weiß es nicht Das wäre von Interesse Okay, gut Nee, leider nicht Okay, auf geht's Reinde Ja Sehr gut, pass auf, dann Das ist ein bisschen scheiße, ja Boah, Zander ist eigentlich Scheiße Ja, du musst nach oben, da weg, ne? Oh, Mann Okay Das haben wir jetzt nicht geschafft, ey Das ist immer so kompliziert, ey Mega Mega Die Baustellen, die uns hier in den Weg gelegt werden, ey Alter, ohne Scheiß Wenn du hier stehst und nach oben guckst, ne? Richtig krass Mhm Also das ist echt schon, richtig schon cool gemacht hier Ich weiß gar nicht, ist das, ist das ein Berg? Ist das, ist das ein Objekt insgesamt? Oder ist das einfach bloß ein Ort, was auf dem Berg so verteilt wurde? Ein Objekt ist das Also das ist ein, ein richtig krasses Gebäude Aber das ist, das finde ich geil hier, guck mal Rechts neben der Oh, ich bin schon wieder ganz oben, ey Ich dachte, komm mit Wo bist du? Achso, du bist den Weg gegangen? Okay, bitte, ich komm mit Ich komm mit, ich komm mit Da war eine Treppe neben der Treppe Und mit der Treppe konntest du auf die Burgmauern drauf Das war richtig geil Also ich finde die, ich finde die Dungeons hier einfach mega geil In dem, in dem Pack Findest du die wirklich mega geil? Boah, die Burg ist auch so krass Ich finde die mega geil Ich finde die auch mega geil So Ich bin wieder voll gefräsen Hä, wer halt denn hier schon wieder? Äh, wer? Keine Ahnung Hier ist schon wieder einer mega am Gummen-Rage Ja, egal, komm einfach weiter nach oben Ich hab jetzt keine lustige Aber da müssten, warte mal Die Kollegen vom letzten Mal dürften ja auch fehlen, oder? Alter, hier oben Ja, ja, ja Ja, 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 komm hier hinter, komm hier hinter Die ganze Armee Alter, das sind übelst viele Baut, 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 baut Warte, ich kann es nicht, ich kann es nicht zubauen Das war nicht gut Kriegen wir hin, kriegen wir hin, kriegen wir hin Ja, ja Schlag du drauf, schlag du drauf Ja, du bist doch Musik So, au Ja, ich heil dich, ich heil dich Au, au, au Oh, alles dunkel hier Ich kriege ja diesmal fast nix abgezogen Voll cool Boah, ich krieg mir jetzt Schaden gerade Echt? Oh, ich seh, alter Oh, was ist das? Oh, der hat eine coole Spitze Ich verbrenne Komm ich da runter? Mann, hier ist alles dunkel, man muss Licht an, danke Boah, alter, waren das übelst viele jetzt Das ist eine coole Spitze Der hat die gerade gedroppt Das waren so mega viele jetzt Wo ist denn die Spitze Ich finde die Spitze Ich finde die Spitze Ich weiß nicht Menü Okay, egal Ähm Ach scheiße, den Köcher Mach ich mal wieder hoch? Habe ich die eingesammelt? Ne Aber der hat die Spitze Gedroppt So, das kommt da hin Welches Level ist So, wo bist du? Wo bist du? Äh, 31 Ich bin oben Ich bin, also ich bin Aber die sind alle schon down? Gehe So, jetzt können wir mal So, hier waren wir da rein Weißt du noch? Damals Weißt du noch, wie das lief? Weißt du noch damals? Wo wir noch jung waren? Ja Damals Die Tür habe ich nicht Zugebaut gehabt Damals hier So eine Scheiße Ist ja egal Wir sind wohl hier Besser ausgedrückt Wir sind ein Mistheiler, ne? Der geht mir richtig auf den Sack Wir sollten Äh, ja Ich habe einen Ich habe einen Tod Ich habe einen Tod Ne, eigentlich nicht, aber Kommst du klar? Ja, ne, ne Ach, du bist doch mega voll Oh, Entschuldigung Du bist doch Ich bin immer mega voll Hab ich mir nicht gewusst So Diese scheiß Bogenschütze, ne? Die sind so extrem stark Was wollt ihr denn von mir, Mann? Die wollen dich essen Du bist so lecker Oh, ich habe dich vorhin am Hafen gesehen, weißt du? Da gab es dich gebraten auf Brötchen Okay, hier, Bücherregal Halt, 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 halt Du rennst schon immer runter Machst mal die Türen nicht zu Und baust sie auch nicht zu Ne, brauchen wir auch nicht mehr Ja, okay, gut Wir sind eigentlich mega gut ausgerüstet Hallo, wir haben jetzt gerade hier die übertriebenste Flut überstanden Echt mal Die übertriebenste Flut Hier, da ist mein Grabstein Ich habe gedacht, er war slain bei Walker Walker, ey Und dann noch so einen Lappen Ja, echt mal Der hat dann wahrscheinlich bloß immer Immer mit seiner Faust drauf gehauen Und dann war ich dann Oh, 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 CloudBooch Alter, laber doch nicht Echt jetzt? What the fuck? Ich nehme den Goldblock Alter, wir haben einen Goldblock Ich wette, wir können mittlerweile schon Neue machen Wir haben beide bestimmt jetzt mittlerweile schon ein paar zusammen Das kann gut sein, ja This is fucking crazy awesome Ich nehme einfach mal alle Bücher mit, ne Ich weiß nicht, wie viele wir brauchen Keine Ahnung, ist doch scheißegal Hallo Kann man nie genug haben Ey, das ist der, das ist der Boss, oder nicht? Nö, das ist ein Walker Defender Ah ja, okay Das ist so ein Lappen hier Ja, okay Scheiß auf den Lappen Oh, oh, da kommen noch mehr Lappen Die kommen hier rein Aber dieses Iron Mix Das Iron Mix War nämlich noch mit Alter, willst du mich veräppeln? Du hast einfach in der anderen Truhe den Revolver drin gelassen Ja, der kann aber nix Was? Der ist so nicht cool Ein Revolver ist doch voll lustig So ein bisschen rumballern Ja, habe ich schon das letzte Mal gefunden Ich glaube, das Streaming-Gastan habe ich einen gefunden Ehrlich? Ja Der war aber nicht cool Zumindest, zumindest Habe ich dafür keine Muni gesehen Du kannst dir mal Revolver eingeben bei der Suchleistung Da wirst du nix finden Außer den Revolver an sich Aber keine Muni Ich weiß nicht, wozu der gut ist Mal gucken Warte mal Boah, ich hab zu heilen, ey Ich geh mich auf den Sack So Na du Boah, der macht dir mal die Türe zu Der Feigling Bist ein bisschen behindert, oder? Sie Keine Ahnung Jetzt ist er dran Wenn einer der Zuschauer weiß Wie man den Revolver benutzt Und wie man damit schießt Genau Eifel mal in die Kommentare In die Kommentare So, komm Na, kriegen wir es noch hin hier Vielleicht haut man mit einem Revolver auch einfach nur drauf Kann sein Kann ja auch sein, ne? So Äh, ich hab übrigens einen eigenen Shield Mit Special Perk Explosive Resistant Und Weakness Water Damage Okay Ich hab einen Stone Shield ohne irgendwas, glaub ich, oder? Achso, willst du noch mehr Bücher mitnehmen? Nee Ich hab übelst viel Ich hab zwei Steaks Also haben wir genug für Ja, locker Okay, gut Locker Ich kann Ja, komm, scheißegal Ich nehm einfach den Rest damit hier Und dann haben wir alles Und dann würde ich sagen Machen wir auch erstmal für diese Folge jetzt Schluss Und machen eine nächste Folge weiter, oder? Oh, ich hab ne fancy Lamp, Alter Ach geil, die sind cool Die sind richtig geil Die sind schick Die sind von Ikea, warte Genau Ich guck mal noch kurz in die Kisten hier Und dann schließe ich auch ab Lol, ich hab einen Geheimgang gefunden Was hast du gefunden? Hinter dem Bücherregal war ein Geheimgang Was ist das hier? Ich hab Kobel Kobel hat irgendetwas Was ist das denn? Da, ich hab den Walker-Boss Komm, schnell her Walker, auf jeden Fall Warte, warte Mann Warte, ich hab noch Brote Ich brauch dringend Brote, ey Brot für die Welt Komm mit Ich mach hier so die Tür auf Auf einmal ist hier so ein Gang Oh, so ein Gang? So ein Gang Und jetzt guck mal Da chillt er Da chillt er Hallo Da, 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 da Denkt er, das ist ein Boss, ne? Oh, oh, ja Warte, ich mach den anderen Oh, der heißt Ja, wohl klar Der kriegt keinen Schaden Ich boxe dich durch die Tür, Alter Hast du das mitge... Du bist so ein Arsch Das ist so ein Arsch Der baut sich erstmal so ein Ding davor So ein Schisser Mal kurz hier Der kriegt echt fast gar keinen Schaden, ne? Ja, das dauert lange Das wird lange dauern Ey, springt Oh, 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 oh Komm, wir gehen erstmal hier raus Oder? Wollen wir nicht erstmal hier rausgehen? Meinst du, wir sollen nicht erstmal hier rausgehen? Oh, schicke Sachen Na gut Nicht wirklich Oh, das nehmen... Oh, wir haben schon wieder zwei Goldblöcke Ach du Heiliger Ja, ich komme, ich komme Oh, jetzt kommt der wieder raus Oh, jetzt kommt noch einer von hinten Oh, guck, du Oh, gib her Oh, jetzt kommt noch einer Ich raste Ja, die kommen alle irgendwie gerade So Okay, Alter, das ist so ein Affe Ey, Jungs Kommst du klar mit deinem Leben? Ja Kommst du klar mit deinem Leben? Ich habe schon... Ich habe schon nicht so schlecht, okay Ich habe überziehe geilen Schuhe am Start jetzt Die leuchten Ey, cool Kennst du diese Kinderschuhe Wo so LEDs oder so Lampen dran waren Ja, genau Wo du einen Schritt gegangen bist Die fand ich immer so geil Die wollte jeder haben Ja Das ist einfach so bescheuert Ist auch so Oh, der ist aber, guck mal 205 und 250 Also er geht so langsam in die Brüche Gut, ich muss ein bisschen... Ich habe auch einen Goldblock Und ich habe eine Hookshot Und zwei Musicdiscs Du kannst gerne auch mit draufhauen Dann geht das ein bisschen schneller Ja, ich komme jetzt Erst bluten, dann bluten Okay Bäm Boah, braucht der lange, ey Jetzt kommt einfach von der... Wir müssen es von der Seite holen Ja, genau Einfach nur draufklicken Wow, wow Nein, der war schon da ganz gut in der Ecke Achtung, das Loch, das Loch Wollte du sagen, das Loch, das Loch So Mensch, das ist schwierig Alter, ich habe so Schiss, dass du mich da jetzt gleich reinschubst Lass den mal in die Ecke hier hinten kommen Der schubst uns gleich durch das Loch, dann sind wir tot Ich sehe es schon, komm Boah, der braucht ein bisschen lange, oder? Warte, ich Boah, kannst du mal ein bisschen hinmachen? Schub den mal hierher, ey Der soll sich mal bewegen Klar Oder wir schubben den einfach durch Nein, aber dann kommt der hochgeportet Der kann sich porten Der kann sich porten mit dem Schwert Der hat doch ein Endersword Achso, stimmt Stimmt Okay, dann stehe einfach nur Warte, er ist doch gleich tot Hauptsache, warum hat der jetzt die Feder auf dem Kopf? Keine Ahnung, das ist der Häuptling Und schon Stirb, du Sau Er ist doch gleich tot hier Und Finito Yeah, ich habe nichts bekommen Wahnsinn Doch, ich habe einen Block auf Diamond bekommen Und hier, pass auf, das Geilste ist Kennst du das? Nee, kennst du das? Ach ja, das ist Endersword Wie kann ich mich damit porten? Ja, gestern habe ich es auch mal kurz geschafft Dann ich wieder Höh, 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 höh Ja, stimmt, Schiff Gib mal her, gib mal her Nein Gib mal her, hör mal Das haben wir gestern schon ausprobiert Ähm Hä, wo Achso, warte mal Ja, du hast dein Ding an, oder? Hä? Was hast du denn für Schuhe? Das portet sich immer zu dir, oder was? Was? Warum? Wirf mal Ich kann es nicht rauswerfen Wirf es her Ey, warte her Es geht nicht Das ist für immer an dich gebunden Alles Du bist mit dem Verwachsen Hä, alles ist Hä? Zander ist unfähig, was abzugeben Was soll das denn jetzt? Ach, lol Ich habe mein Ding geaktiviert gehabt Jetzt, guck Jetzt, warte Ich habe mein Ding geaktiviert gehabt Womit ich die XP gesammelt Ich bin da, wo wir gerade in dem Raum waren Ja, es ist gerade ein bisschen verwirrend hier Ah, warte So, also Shift und dann Yeah Wahnsinn Überzeugt ist geil Ich bin im Boden, oder? Ja Springen wir einmal Ja, das ist ja alles cool Ja, okay Dann haben wir den Boss dieser Burg besiegt Das ist geil Aber ich denke mal Hier wird es noch einige Truhen geben Die werden wir dann, denke ich mal In der nächsten Folge Alle mal so ein bisschen ausheben Genau Ausheben Oder aus, aufräumen Wie auch immer Und ja, wir hoffen, dass es euch Spaß gemacht hat Genau Und ja, dann würde ich sagen Das nächste Mal geht es ja weiter Mal gucken, was hier noch so cool ist in den Kisten Ich freue mich So sieht es aus, alles klar Bis zum nächsten Mal Tschüss Bis dann Ciao